Du weißt ja, dass Vegetarier Vorteile haben, ne? Ja, die essen dann nicht schlecht, ne? Die kriegen keine Falten, die werden welkt. Das Wort spielt natürlich ein, als du meinen Nachnamen hast. Ich dachte, du wärst noch ein Mixen, Mensch. Das ist auch normal, so ist das richtig. Ist auch für den Nachlass super, weil die brauchst du nicht mehr, die kannst ja kompostieren.